Dann bin ich nochmal gespannt. Ich habe die Nicht-Lachen-Challenge, ich habe das auch schon vorbereitet. Nice, ich brauche einen anderen Codec zur Wiedergabe. Soviel zur Vorbereitung. So, jetzt habe ich es. Hello. Boah, sind die Kekse voll? Die hast du letzten Sonntag hier hingebracht. Dann möchte ich einen Keks. Sicher. Ja. Ernährungsumstellung Keks. Ja. So, Chad, sagt der Mann einem durch die Blume, du bist zu fett, hör auf Kekse zu essen. Nein, so sagt der Mann einem. Wir haben gestern darüber geredet, dass wir einen Ernährungsplan machen für... Fertig? Ja. Ready? Ready. Okay. Ich weiß nicht, was uns erwartet. Ich bin gespannt. Ob das Ganze lustiger wird wie letzte Woche. Also, Ziel wie immer, nicht zu lachen. Wer weniger gelacht hat, wie der andere gewinnt. Ich bin heute gut drauf. Ich glaube, ich lache viel. Na dann, geht los. Ich muss halt die ganze Zeit denken, dass das so typische Twitch-Chat-User sind, die haten und dann stehen sie vor dir. Mein Bruder hat die das... Also, ich... Also, äh... Oh, guck sie an. Äh, äh. Oh, hi. Schön, dich zu... Na, geht's dir gut? Ah! Internet, real life. Oder? Internet... Real life. Real life. Hi, na? Hi, schön, dich zu... Hey, Hopps, geht dir gut und so. Internet. Internet. Mein Vater heißt Klaus und meine Mutter Monika. Schon wieder lachen. Komm, die Mutter Monika ist gut. Ja, das ist mein Humor. Da kann ich mit. Das... Also, ich... Also... Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ich muss mir lachen. Der schreit wie du, wenn irgendwo eine Krasse füllen ist. Der schreit wie du, wenn irgendwo eine Krasse füllen ist. Der schreit wie du, wenn irgendwo eine Krasse füllen ist. Hallo. Ich möchte abholen. Haben Sie verstanden, warum es in diese Anzeige geht? Nein. Oh, Entschuldigung. Oh, diese eBay-Kleinansagen-Dinger. Gitarrist gesucht. Ich möchte abholen. Du hättest auch richtig vorlesen müssen. Ich hätte abholen geschrieben. Ich möchte abholen. Stay, stay on the counter. Richtiger Arschlochvogel. Rosen sind rot. Meine Mutter hat viel Fantasie. Deshalb hängen bei uns zu Hause The Guardian of the Galaxy. Die Gardinen! Die Gardinen! Ach, Gardinen! Die Gardinen of the Galaxy. Ich muss da zumindest einmal nicht lachen. Was ist denn mit dir? Weiß ich nicht, wie viele Leute bei eBay-Kleinanzeigen so Schreibfehler-Scheiße machen. Das ist flach ohne Ende. Das ist super. Das ist super flach. Okay, hab mich wieder. Kuschelt hier ein Manta-Jochen. Ich liebe diese Tierdinger so sehr. Ihr kennt sie nicht, den Manta-Jochen. Hast du mein Muffin? Nein. Ich habe auch nicht klappt. Denna, 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 denna. Bye, bye. Ja. Nein, nein, nein. Ich feier den Vogel gerade enorm. Verkaufe Thermomix, altes Modell. Hey, ist das Sofa noch to heaven? Greetings, Max. Leider ist das nice Sofa already weg. Ich habe just vergessen, die Anzeige zu deleten. Ich hoffe, du findest noch eine andere nice Hits-Possibility, um deine Base zu chillen. Huga-Scheiß. Dass es getaked worden ist. Du Huga-Scheiß. Danke für deine Answer und nicen Success dir noch im Ebay-Small-Screen-Game. Du musst mir ja über deinen Buga lachen. Ach, hugeer Scheiß. Ich habe erst gedacht, das ist deutsch und ich dachte, warum, was ist das für ein deutsches Wort, Alter? Das ist ein bisschen wie... Das zählt, mein Lacher zählt nicht, den habe ich geschlossen. Ist ein bisschen wie Breathering. Ja, Breathering. Ja, aber weil du so aufs Englische... Weil du... Nee. Du suchst es. Ja, weil ich dann dort aufs Deutsche gewartet habe. Junge, das hat aber jetzt echt gedauert bei mir. Eure Grafschaft, wäret ihr gewillt, mir das Fußraumkleid per Bundespost zukommen zu lassen. Ich erbitte euch, mir den gänzlich zu errichtenden Sold für die Ware mitzuteilen. Gehabt euch wohl. Wohlan, edler Kunde. In welchen Gefilden habt ihr euer Schloss? Wollt ihr den Sold von 36 Gulden über jenen Geldboten löhnen, welcher Paypal genannt wird? Gott zum Gruße. Edler Lord, ich erbitte eure Gnade. Ich bin ein einfacher Bauer und die Ernte war schlecht. Ich biete euch 30 Silberstücke und meine ewige Treue. Das edle Rost des Boten Paypal ist gestriegelt und beschlagen. Bitte nennt das Ziel. Ach guck mal, aber das ist süß. Das ist ja süß. Hinweis, der Automat ist neu. Er ist aber noch nicht benutzbar, da einige technische Details fehlen. Bitte vorerst die Getränke während der Pause in der Mensa kaufen. Und zu beachten ist, dass die Mensa derzeit geschlossen ist. Oh, was für Idioten. 300. Nein. 370. Wir kürzen das hier mal ab. Ich habe schon zwei Interessenten. Einer für 550 mit Versand ins Ausland und einer für 520. Jetzt kannst du überlegen, welche Zahl du als nächstes schreiben willst. Good luck. Thank you. Got like a big stick or something. Big stick. It's heavy, whatever it is. Oh, God. Oh, that is not a stick. Oh, my God. That's not a stick at all. Holy shit. Holy shit. Oh, my Lord. Holy, holy moly. Wow, that changes things. Und wie kriegst du den Haken jetzt aus dem Alligator wieder raus? Wie wieder? Du kannst einfach nur die Angel reinschmeißen. Ja, abschneiden oder so. Der darf den Haken behalten. Und wie kriegst du den Haken jetzt aus dem Alligator wieder raus? Und wie kriegst du den Haken? 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 Bis zum nächsten Mal.